Geiles Ding. Geiles Ding. So meine Freunde, das Battle Level Paket ist raus. Wir gucken uns das jetzt an. Sehr nächstes Ding. 100 Level für knapp 21 Euro. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall günstig. 75% gespart. Geile Sache würde ich sagen. So, wir machen das Paket auf. Zeig. Auspacken. Bam. Was ich gut finde. 7 Treasures. Jeweils für Level 1 und Level 2 Treasures. Richtig geile Sache. Letztes Jahr gab es glaube ich nur 75 Levels und 3 Treasures. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, am Ende des Videos verlose ich noch die Immortals, die hier rauskommen. Also, bleibt drauf. Level hinzufügen. Bam. Geiles Teil. 38 Aufstellende Belohnungen. Das nehmen wir mal alles an hier. Alles klar. Das Ding ist cool. Das haben die aus Dings hier rausgenommen. Aus Fortnite. Nur die Musik ein bisschen verändert. Aber im Prinzip ist der Tanz derselbe. Und das hier ist. Auch cool. So Leute. Treasure 1 machen wir jetzt auf. 10 Stück Hammer. Los geht's. Ich wiederhole nochmal. Alles was doppelt ist. An dem Modus wird heute verlost. Ich wiederhole nochmal. Los geht's. Not bad. Den Riki hatte ich glaube ich noch nicht. Den Riki hatte ich glaube ich noch nicht. Den Riki habe ich auch noch nicht. Pe habe ich. Also, wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch die Pe gewinnen. Wenn ihr nicht rauskommt, ne? Aber die Chance ist, die Chance ist sehr sehr selten bei Pe. Mein Kupel, der hat 120 Stück aufgemacht. Nur eine Pe war drin. Krass. Lich. Sehr nice. Awesome. 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 Oops. also die dinge die würde ich empfehlen nicht zu verkaufen nicht aufzumachen weil die werden eine menge später kosten so wie es ja kosten die haufen geld an also schön auf war mit hatte ich noch nicht glaube ich genau so all die hier die ich schon habe werden verlost jetzt machen wir im model 2 auf da bin ich mal gespannt was ausgibt ich hoffe ihr auch ja genau den habe ich schon also wird auch verlost zwölf trailers haben wir schon aufgemacht so den golden habe ich glaube ich noch nicht der wird verlost was war denn das der weiber der war schwarz ich dachte schon ich bekomme gleich das ding hier und vor allem die Geile Stink. Geile Stink. Und noch mal Golden Dragonaut kam zu werden. Den du Devet im Fall loslief uns. Schade. Fertig geht's. Und... Fuck. Also habe ich nur noch den U-Din nicht. Den Rest habe ich schon. Und wieder Dragonauts. Also Leute. Eine jede Menge Preisen. Nicht eingelöste Battle Pass. Schatz. Achso. Sie haben eine Battle Pass Belohnung eingelöst. Was? Alle 10? Alle 10 stand da gerade. Was? Ich bin voll überrascht oder? Wenn der Schild als letztes verschwindet dann. Wenn man schon denkt. Was? Jetzt. Jetzt kommt's. Ohh Unbreaking... das war mal hier ach so die haben wir noch vier stück ihr habt immer noch die chance auf das war das war das war das war das war das waren jetzt insgesamt 30 sollen wir machen das so bei dem gewinnspiel es gibt drei gewinner platz 1 bekommt drei immer wird er kann sich diese aussuchen aus denen die bei mir jetzt doppelt sind kann sich egal welche aussuchen und sagen hier ich will dass das das drei stück kriegt er platz 2 kriegt zwei stück platz 3 kriegt ein so die bedingungen sind so dass mein video kanal abonnieren und unten in die kommentare schreiben steckt gewinnspiel der gewinner wird random mit einem programm ausgesucht und dann auf youtube kontaktiert also schön ins postfach gucken ob ich ob ihr angeschrieben wurde so da der channel neu ist ist die wahrscheinlich gibt es sehr groß was jemand gewinnen kann also schön mitmachen kommentieren und dann könnt ihr auch gleichzeitig schreiben was ihr von den modus haben wird ganz wichtig am anfang muss hashtag gewinnspiel stehen damit das programm ich erkennen kann so ich hoffe das kurze wieder hat euch gefallen daumen nach oben abonnieren leute nicht vergessen und viel glück beim gewinnspiel